Fahren wir fort mit realer Irrsinn, pensionierte Lehrerin muss 10.000 Euro zurückzahlen. Let's go! Es wurde die dringende Bitte geäußert, ob man es sich vorstellen könnte, aus der Pension insofern zurückzukommen, als dass man mit ein paar Stunden aushelfen könnte und den Not ein bisschen lindern könnte. So was hat unser Lehrer auch gemacht. Wir hatten einen Lehrer, der wurde, glaube ich, vier oder fünfmal gefühlt mittlerweile verabschiedet und der ist jedes Mal wiedergekommen mit ein paar Stunden, um halt den aktuellen Lehrermangel, der seit Jahren existiert, aufzufangen. In dem Fall hat er bei uns auf der Schule Deutsch und Geschichte gemacht, um das aufzufangen und das auch nur als Vertretungslehrer. Nicht mehr als feste Lehrkraft, sondern als Vertretungslehrer. Für zehn Wochenstunden kehrte sie an ihre alte Schule in Fürstenviel hoch zurück. Alles gut soweit, aber der Zuverdienst zu ihrer Pension war der Ruheständlerin nicht genug. Gertraud Schmidt wollte mehr und nutzte dreist die Not der Kinder in der Corona-Pandemie aus. Sie sind auf der Strecke geblieben, weil sich niemand um sie zu Hause kümmern konnte. Das Kultusministerium hat daraufhin ein Projekt ins Leben gerufen namens Brücken bauen. Dazu braucht man Personal. Die Schulleitung hat Händeringen gesucht. Es wurde niemand gefunden. Ich habe mich dann bereit erklärt, auch zu meinen zehn Stunden noch vier Brückenbaustunden zu geben. Aber das waren vier Stunden zu viel. Dem wachsamen Auge der Finanzverwaltung fiel nach einem Jahr auf. Die Pensionärin hat mehr dazu verdient, als sie durfte. Hier handelte es sich um eine ungerechtfertigte Bereicherung. Eine Lehrerin, die in Pension ist, die Bock hat, weiter zu unterrichten. Auf freiwilliger Basis. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie sogar safe... Sie hätte sogar wahrscheinlich gesagt, ich mache es auch ohne Geld. Aber die hatte einfach Bock, weiterzumachen. Aufgrund des Lehrermangels, weil die mit so einem Fest ins Schloss rumgegangen ist. Nachdem... Also safe ist sie dann so hingegangen und sagte, sie macht das nur, weil sie möchte, dass halt die Kinder halt was lernen. So, das ist so, ne? Ich sage jetzt noch altbacken. Und da denkt sie so, auf *** Gesicht. Sie haben zu viel gearbeitet, obwohl sie in der Rente sind. Wir geben ihr ja schon Geld, was eigentlich ihnen längst zusteht, weil sie dafür in die Rentekasse angezahlt haben. Obwohl, ich weiß nicht, wie es beim Beamten ist mit Rente, Kasse oder Rente und Zeug, aber... Sie haben zu viel gearbeitet. Jetzt müssen sie Geld zurückzahlen. Danke. Die wollten nur Gutes tun und die Kinder weiterbilden oder dafür sorgen, dass sie gebildet werden. Deutschland, die Politiker sind nicht so weit gebildet. Die haben leider das nicht das Recht gehabt, damals Leute zu haben, die sagen, wir wollen freiwillig lernen. Wie kann sie jetzt fragen, den Kindern was beibringen zu wollen? Ich bin von niemandem, niemandem darauf hingewiesen worden, eine Stunde Brücken bauen bedeutet so und so viel Geld. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich kriege, weil mir das gar nicht wichtig war. Das ist der Punkt. Da, da, ich habe sogar gesagt, ihr ist das Geld ja gar nicht wichtig. Ihr ist, ihr ist das Geld nicht wichtig? Ich will einfach, dass die Leute, die Kinder was lernen. Ich habe es gecallt. Das ist eigentlich der beste Beweis dafür, dass ich mich überhaupt nicht bereichern wollte. Von wegen. Aber der Freistaat Bayern fordert ein, was ihm gehört. Ja, okay. Ja, okay. Bayern, ihr wisst, okay, wir wissen Bescheid. 1.805 Euro und 57 Cent. Ich habe also unter dem Strich gesagt, 10.000 Euro zurückbezahlt für vier Stunden Arbeit in der Woche, die ich gern getan habe. 10.000 Euro muss sie geben, weil sie vier Stunden in der Woche zu viel gearbeitet hat. Im Endeffekt hat sie vielleicht sogar weniger verdient dabei, als sie gegeben hat. Wow, also sie zahlen müsste, wow. Na, dann ist doch alles korrekt abgelaufen, sagt das Kultusministerium, das Frau Schmidt damals um Rückkehr an die Schule bat. Sie ist mit ihren zusätzlichen Stunden eben über das maximal mögliche Stundenmaß hinausgegangen, obwohl ihr entsprechende Beratung mehrfach angeraten wurde, die Frau Schmidt nicht in Anspruch genommen hat. Die Schule verteidigt, er versucht sich hier zu verteidigen, weil, halt, ja, die ist doch selbst schuld, die Frau. Schön, wenn man allen jetzt immer kurz hier alles abwenden, ich habe damit nichts zu tun, die Pensionfrau, die ist schuld. So, so, Ihnen wurde also doch gesagt, sich über den Zuverdienst zu informieren, Frau Schmidt? Nein, nein, definitiv, definitiv nicht. Ja, aber jetzt wissen Sie es. So gelingt er also, der Kampf gegen den Lehrermangel in Bayern. Also, das ist eine Frechheit. Äh, das ist echt eine Frechheit, 10.000 Euro zurückzugeben. Ach ja, ach ja, ach ja, was machen wir mit dem Start? Oh ja, ach ja.